Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wie ihr seht, wir befinden uns aktuell gerade in der Wüste und das was ich zähmen möchte mit euch krabbelt genau hier vorne rum. Da ist er, Level 96. Und den zähmt ihr ganz einfach. Ihr müsst halt einfach Dino-Kaka mitnehmen und umso größer, umso besser natürlich. Ich habe jetzt nur mittlere. Und dann stopft ihr den in den Po. Ihr seht jetzt, dass ich ihn auch nochmal füttern muss, denn der wird nämlich passiv gezähmt mit Kaka. So, jetzt dauert das natürlich ein bisschen, bis der wieder fressen möchte. Entweder quatscht ihr den jetzt die ganze Zeit hinterher. Der kann natürlich auch aggressiv werden. Oder aber ihr haltet Abstand wie ich, denn wenn die aggressiv werden, beißen die auch. Und dann verlieren sie, glaube ich, auch direkt die Effektivität vom Zähmen und die Prozente. Und ihr benötigt einen Dunk Beetle zum Dünger herstellen. Natürlich könnt ihr euch auch die Komposthaufen bauen. Aber ein Dunk Beetle ist halt doch schon, ich sag mal, cooler. Denn mit ganz viel Glück produziert der auch Öl. Und das heißt, mit ganz viel Glück, der produziert auch Öl. Zwar nicht in großen Mengen, aber ich bin der Meinung, der ist sogar schneller als die Komposthaufen mit Dünger herstellen. Und wenn ihr einen Dunk Beetle auf Gewicht levelt, könnt ihr natürlich mehr als, ich weiß nicht, neun Kaka-Haufen da reinpacken. Und der braucht halt kein Stroh dafür, denn den steht ihr auf Wandern. Ich zeige euch das Ganze nachher auch mal. Wie ihr seht, ist der geschlechtslos. Und somit könnt ihr den nicht verpaaren. Aber ihr könnt euch natürlich austoben und einen Haufen davon zähmen, je nachdem, wie viele ihr haben wollt. Also uns reichen meistens zwei oder drei. Obwohl einer schon zum Teil genug Dünger produzieren kann. Und natürlich, umso höher die im Level sind, umso besser. Denn der kann ja natürlich auch schon mehr tragen, hat natürlich ein Haus auch schon mehr Leben. Und dass der jetzt da runterkrabbelt, finde ich gerade zum Beispiel gar nicht so witzig. Der soll am besten hier oben bleiben, weil da unten ist wieder dieses ganze böse Gegröße. Und das wollen wir nicht, dass der angeknabbert wird. Na? Und wie ihr seht, die brauchen noch Ewigkeiten, bis sie wieder fressen wollen. Aber die sind super hübsch anzusehen. Also auf Scotched Earth findet ihr die jetzt hier halt, wie jetzt ich, hier in der Wüste. Da laufen auch nicht gerade wenig rum. Und auf den anderen Karten findet ihr die in den Höhlen. Bei Aberration sogar im, ich weiß nicht, wie das Gebiet jetzt heißt. Auf jeden Fall auf Aberration leuchten die auch. Die zeige ich euch dann auch alles nochmal, wenn wir dann mal auf der Karte sind. Wieder. Denn es werden jetzt ja alles noch die Bosse gemacht. Und das ist ja halt der Plan, den wir aktuell haben, damit wir ja auch mal diese Endfrequenzen sehen. Denn die haben wir noch nie gesehen. Und da sind wir halt jetzt schon am Vorbereiten und gucken dann halt, dass wir dann bald auf die nächste Karte kommen. Magst du jetzt mal wieder fressen? Nein, aber vielleicht sollte ich auch mal wieder auf die Null einen Haufen legen. Nur nicht selber fressen, sag ich jetzt schon, essen. Denn, ähm, das ist nicht ganz so gesund. Das ist mir schon oft genug passiert. Dumm, didel, dumm. Hab doch mal wieder Hunger. Wir können uns den ja mal ganz kurz angucken. Ihr seht, der dreht sich jetzt auch wieder weg. Ja, meckern sie nur. Also die Käfer finde ich ganz cool. Ich finde Käfer sind gar nicht so toll, aber die finde ich ganz nett. Ihr seht jetzt, der dreht sich jetzt in meine Richtung. Uh, schnell weg. Weil ich hab ja natürlich auch keine Gilly-Rüstung an. Und deswegen... Äh, 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 äh. Käferchen, mach keinen Quatsch. Hatte ich Glück, weil der kann nämlich auch zuschnappen. Ich finde, der hört sich teilweise echt grausam an. Aber ich mag die kleinen Dinger. Gerade weil sie wirklich nützlich sind. Ähm... Wenn er jetzt nicht gleich frisst, dann... Hol ich euch, denke ich, wieder dazu. Denn das ist nämlich, glaube ich, nicht ganz so interessant. Aber wir können mal kurz gucken, ob wir irgendwo dann hier einen anderen sehen. Denn ihr seht ja hier in der Wüste, da hinten seht ihr zum Beispiel einen Skorpion. Die wandern hier in der Wüste rum. Und da hinten eine Art Reppleura. Da hinten hat der Sand jetzt natürlich keine tollen Strukturen. Weil ich hab die Sicht auf kurz. Aber wir sehen die Dinos. Ähm... Und da vorne seht ihr auch schon direkt Mantis. Die laufen halt hier auch in der Wüste rum. Die da hinten ist grad einfach weggeplöpst, weil die weggegangen ist. So, jetzt gucken wir mal, wo unser Käferchen abgeblieben ist. Wo ist das Käferchen abgeblieben? Da vorne. Und bitte, Käfer, hör auf. Yes! Jetzt haben wir den. So, jetzt könnt ihr den natürlich in die Hände nehmen. Und so durch die Gegend tragen. Das sieht von vorne immer ganz lustig aus. Weil... Der Käfer ist mega groß. Und den habt ihr so halt in der Hand. Ähm... Ich schmeiß den nochmal kurz hier hin. Ja, komm mal hier hoch. So. Denn dann werden wir hier vor Ort nämlich auch schon direkt den Screenshot machen. Nur aufzupfeifen. Tu mir den Gefallen und pfeif bitte nichts an, was... Nicht gepfiffen werden soll. Aber wir werden jetzt mal gucken, ob... Ob ich Gamma ausmachen kann. Jawoll. Sehen wir den richtig schön mit seinen Farben. So. Sehen wir den von der Seite vielleicht mit den Farben sogar ein bisschen besser. So. Jetzt habt ihr den auch schon mal aus der Nähe gesehen. Nehme ich ihn da auf den Arm. Und den könnt ihr sogar transportieren, wenn ihr auf Tieren drauf sitzt. Ich kann jetzt natürlich nicht schneller laufen als so. Deswegen hat ja... Ah, ich hab noch den K-Modus an vorhin gehabt. Und deswegen... Das ist hier wieder das Problem. So. Ähm... Also wie ihr seht, ihr könnt ihn transportieren. Der Vogel hat meinen Grashüpfer, beziehungsweise meinen Jaboa im Mund, äh, im Mund, damit ich auch gewarnt werde, falls irgendwas ist. So. Jetzt fliegen wir mal zurück zur Base. Mit den Klippenplattformen, das hatte ich ja schon mal erklärt. Warum, weswegen, weshalb, wieso wir die haben. Und... Ich verhungere natürlich, wie immer. So. Ähm... Doch, dann landen wir jetzt mal hier oben. So. Na? Vogel? Der Agentar, das hab ich ja keinen Bock. Dann plattert der da jetzt jetzt gut rum. Käfer schmeißen wir da kurz hin. Da muss ich nicht ran. Sondern wir müssen hier ran. Ähm... Ihr könnt nämlich einen Käfig bauen. Heißt der wirklich jetzt Käfig? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir gucken mal kurz. Kä... Holzkäfig. So, dafür braucht ihr 25 Fasern. Haben wir. 25 Fasern, 110 Holz. Können wir gleich fast schon die Hälfte runternehmen. Und 30 Strom. So, dann könnt ihr den jetzt nämlich bauen. Na. Herstellen. Ich glaub, ich muss mir gleich mal Fleisch machen. So, dann packt ihr den auch erstmal auf irgendeinen Slot. Und könnt den Käfig jetzt... Und könnt den Käfig jetzt... Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier hin. Erstmal. Ähm... Irgendwo hinstellen, wo ihr halt Platz dafür habt. Natürlich müsst ihr halt aufpassen, dass die Tür vorne ist. So. Könnt ihr die Tür aufmachen. Nehmt euch jetzt das Käferchen. Schmeißt den hier rein. Gut, ich hab das jetzt ein bisschen in die Wand geplaced. Das ist aber nicht ganz tragisch. Stellt ihr den auf Wandern. Und packt den halt so viel Kackereien, wie ihr habt. Ich hab jetzt ja nicht ganz so viel. Und ich hab schon wieder ein Standbild. Hallo. Mark. Speichert schon wieder. Und dann könnt ihr hier natürlich das Gewicht skillen. Man kann jetzt schon ein bisschen mehr Kacka tragen. So, dann macht ihr hier den Käfig zu. Dann ist er da drin und wandert da drin rum. Und produziert den Dünger. Ich hab den wirklich ein bisschen weit in die Wand gebaut. Aber das ist nicht ganz so tragisch. Ich zeig euch dann nachher noch, wenn er Kacka im Inventar hat, wie das Ganze dann aussieht. Äh, Dünger. Nicht Kacka. Ähm. Bis dahin braucht das Ganze jetzt ein bisschen. Und... Ich sag dann jetzt einfach ein bisschen. Okay. So, wie ich vorhin gesagt habe, gucken wir uns jetzt noch einmal das Inventar vom Dankbietel an. Er wandert hier so munter rum oder wabbelt hier so munter rum. Ihr seht, ich hab gerade noch mal, oder vorhin noch mal neue Kacka reingepackt. Und hier seht ihr schon den Dünger und den Öl. Den Öl. Das Öl. Daddy, das Öl. Nein, okay, Spaß beiseite. Also, ihr seht, Dünger hat da schon einiges gemacht. Damit könnt ihr dann eure Beete befüllen. Und halt auch, ähm, Öl ist rausgekommen. Ich hatte vorhin drei Körtelchen drin. Und aus jedem so einen Körtelchen oder aus dem mittleren Körtelchen bekommt ihr dann halt zwei Öl. Und ich glaube, aus dem kleinen nur ein oder auch zwei. Ich weiß es aber nicht. So genau habe ich mir das nämlich noch nicht angeguckt. Ähm, ja. Dann machen wir hier die Tür wieder zu. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.